Sie wissen ja alle die Lage in der Ukraine. Man hat endlich die Freiheit gewonnen. Nein, wir sind nicht frei. Also, es war auf jeden Fall eine Revolution. Nein, das war keine echte Revolution. Da habe ich einen Präsidenten in Juschenko, ob es das Ajax in Wotzka klappt, dass er ausschaut wie das Foto von Niki Lauda. Also, seither hat das Land große Schwierigkeiten. Wir sind nicht frei. Ja, wir kennen das aus den Medien. Die Bergerbätter kommen aus ihren Höhlen in die Städte, suchen dort nach Nahrung, prügeln sich mit den Polizisten und brauchen unsere Hilfe, damit sie mit der Freiheit umzugehen lernen. Ja, was ist denn? Was? Was? Wir sind hier... Genau, der Herr Professor wird sich gleich um Ihr Mitleid bieten, gell, und an Ihr Mitgefühl appellieren. Jetzt kommen wir zuerst einmal zu unserem zweiten Gast, gell, werden wir auch noch da warten. So. Also, das ist der Herr... Woher der? N-Dago. 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 Sagt, Peppa. N-Dago. N-Dago. O-O-Wambo. Er ist ein Regierungsvertreter aus Sehregal. Sehregal. Ja, genau, sehregal. Was, er hat recht, was? Aus dem tiefsten Urwald, einer mit der anderen, ne? Genau. Ja, er ist ja niger und hat auch sonst viele Probleme. Na, furchtbar. Über die werden wir dann nachher noch ein bisschen genauer sehen.